Hallo, ich bin Patrick Nemzo, Leiter des Faszienzentrums in Hamburg und heute soll es mal um Probleme geben mit einer Knie-OP-Narbe. Also wenn du am Knie operiert wurdest, ist möglicherweise so ein großer Schnitt gemacht worden und ganz klassisch schon eine Narbe hier einmal drüber. Und dann können plötzlich Probleme im Nachhinein entstehen, obwohl der Operateur alles richtig gemacht hat. Es kommen plötzlich Probleme im Knie, die du dir irgendwie gar nicht erklären kannst. Darum soll es heute mal gehen in diesem Video. Lass uns mal loslegen. Ich baue hier kurz um und ihr schaut euch das Intro an. Okay, was ist genau das Problem? Wir haben hier mal eine Narbe zugegebenermaßen ganz schön groß aufgemalt. Aber so oder so ähnlich sehen ja solche Knienarben aus, wenn dort einmal so geschnitten wurden. Ja und in der Regel ist ja nach der OP sollte ja theoretisch alles wieder in Ordnung sein. Und wir reden jetzt ja über den Bereich, wo es mal nicht in Ordnung ist. Und woher kann das kommen? Was für Probleme können die Narben dort machen? Also wenn wir eine Narbe haben, egal welche, wir gucken uns jetzt die am Knie an, aber grundsätzlich gilt das für Narben, dann darfst du eins nicht vergessen. Der Chirurg hat ja in der Tiefe gearbeitet. Das heißt, das, was du dort oben siehst, ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Und darunter liegt noch eine ganze Menge mehr, dass wir weder du noch ich irgendwie sehen können, was in der Tiefe eben noch sind. Und da kann es eben tatsächlich durchaus zu Verklebung führen. Denn die Aufgabe der Narbe ist ja, wir haben einen tiefen Schnitt. Die Aufgabe der Narbe ist zum einen, das aufzufüllen, zum anderen auch das Gewebe zusammenzubringen, damit die beiden Gewebsenden, die auseinander getrennt worden sind, möglichst gut wieder zusammenwachsen. Und das heißt, eine Narbe hat immer erstmal den Job, zusammenzuziehen. Und genau das kann eben Probleme machen, wie zum Beispiel hier, wo direkt am Gelenk eine Narbe ist. Also sozusagen längs über das Gelenk rüber gespannt. Die Narbe hat ja zum einen, wird sie dafür Sorge tragen, dass das hier zusammenzieht, zum anderen aber auch so zusammenzieht. Und das Knie musst du ja aber auch komplett anbeugen können. Das heißt, hier muss eine ganz schöne Beweglichkeit da sein im Bereich der Patella, der Schienenbeinze, der Kniescheibe. Und ja, wenn wir da sozusagen eine Narbe haben, die möglicherweise Probleme macht, weil sonst würdest du das Video ja nicht schauen, dann muss man mal schauen, woher weiß ich eigentlich, ob sie Probleme macht. Zum einen natürlich, wenn du Symptome hast, dass du dort Schmerzen hast. Zum anderen kannst du immer selber mal checken, streich einfach mal so quer rüber auf der gesamten Länge und check mal, ob wirklich sich das überall gleich anfühlt. Ja, wenn du das hast, sagst, okay, das ist eigentlich grundsätzlich schon so, dann kannst du auch mal der Länge nachstreichen und gucken, habe ich hier überall an jeder Stelle das gleiche Gefühl wie an der anderen Stelle. Ja, das Erste, was du machen kannst, Sensibilität testen. Das Zweite, was du gucken kannst, ist, gehst du mit zwei Fingern drauf und ziehst einfach mal eine Narbe. Und ja, unsere Narbe ist natürlich nur eine gestellte. Du siehst, hier geht auf der gesamten Länge gleichmäßige Elastizität einher und alles dehnt sich gleichmäßig. Bei einer Narbe kann das durchaus anders sein. Da kannst du wirklich so Regionen haben, die sich gar nicht dehnen und dafür andere Regionen, die sich übermäßig dehnen müssen, weil das dann festhält. All das sind Zeichen für eine sogenannte Narbenstörung, also eine Narbe, die potenziell Probleme machen kann. Was kannst du machen? Zunächst einmal empfehle ich immer, wirklich mal hier die Lymphe Richtung Narbe zu streichen. Das ist auch gar nicht so wenig. Das ist immer das, womit wir in der Behandlung anfangen. Lass schön locker, Tanja. Womit wir denn so anfangen, tatsächlich auch erst einmal ohne Öl, um wirklich dort was herbeizuführen. Und wenn ich das eben immer stärker werdend so mache, dann sieht man jetzt hier auch schon an unserem gesunden Gewebe, und das ist aber bei Narbengewebe genau dasselbe, man sieht schon, wenn man mal genau hinschaut, diese Region wird jetzt rot. Das heißt, was ich auf jeden Fall damit so mache, und das mache ich halt auch in einem Behandlungssetting natürlich durchaus ein bisschen länger, ich sorge schon mal dafür, dass wieder mal ein bisschen Leben in die Bude kommt, nämlich durch Blutung, Histaminausschüttung und die Lymphe dort in Wallung kommen. Letztendlich geht es ja darum, dass wir versuchen wollen, dieses Narbengewebe wieder in den Remodeling-Prozess, in diesen Umbauprozess, in diese Heilung wieder einzuführen, weil eine reine Narbenheilung dauert so anderthalb bis zwei Jahre, dann ist sie abgeschlossen und dann passiert ja in der Regel auch nicht mehr viel. Und wir wollen ja das Gegenteil, wir wollen sagen, hey, pass mal auf, lieber Körper, super, aber mach mal weiter. Ja, mach mal weiter, da geht noch was. So kann die Narbe nicht bleiben und wir wollen die wieder weich und elastisch kriegen. So, das wäre so eine Möglichkeit. Zum anderen Behandlungssetting nehme ich auch gerne immer mal einen von unseren Stiften. Da kann man erst mal mit einem großen anfangen, mit einer großen Kugel und einfach mal so ein bisschen arbeiten. Ich gehe hier wirklich dann auch über die Narbe so rüber und versuche die ein bisschen zu aktivieren. Wenn dort Stellen sind, die fest sind, greife ich mir die und schiebe die eben auch mal, mobilisiere die mal, kreise ein bisschen. Und das mache ich eben auf der gesamten Narbenlänge und das, wie gesagt, nicht nur einmal, sondern durchaus mehrfach. So, jetzt habe ich das mit der großen Kugel einmal alles gemacht. Und wenn ich das so durchgezogen habe, dann habe ich da eben auch Stellen, die richtig fest sind. Und die greife ich mir dann, gehe da sozusagen punktuell ran und versuche die mal zu mobilisieren. Und hier ist jetzt die Haut natürlich gesund. Ihr seht, wie es optimalerweise sein soll. Also wenn ich mir so ein Stück Haut greife, kann ich die in alle Richtungen bewegen. Das wird bei der Narbe nichts sein. Und je besser ich da wieder diese Verklebung lösen kann, indem ich mir genau diesen Punkt, der so fest ist, verklebt ist, greife und dort versuche zu mobilisieren, desto besser kriegen wir das frei. Und das eben Stück für Stück. So, was kann ich noch tun? Letztendlich hilft auch immer dabei, genau hält man das Bein so, super, ein bisschen Öl zu nehmen. Und dann zum Beispiel mit Schroffmasser. Ich habe jetzt hier eins aus Glas, man kann das aber auch aus Silikon nehmen. In unserem Narben-Set, was wir im Faszien-Zoo vertreiben, sind Silikon-Gläser dabei. Die sind mindestens genauso gut, wenn nicht für die Narben fast noch ein bisschen besser geeignet. Und dann gehe ich hier wirklich rüber und mobilisiere mal dieses Narben-Gewebe. Und man merkt auch schon, das ist so schon beim gesunden Gewebe, wie in unserem Beispiel, gar nicht so einfach. Bei Narben-Gewebe ist das schon echt tricky. Und da ist halt auch wichtig, dass man da ordentlich arbeitet und versucht, hier mit Unterdruck, eben einfach mal, sieht man jetzt hier auch, ein bisschen, ja, Durchblutung wieder herbeizuführen. Zum anderen eben auch an der Haut zu ziehen und das Ganze zu mobilisieren, diese Verfestigung. Was kannst du zu Hause tun dagegen? Letztendlich geht es darum, ja, die Narbe wieder in diesen Umbauprozess, in die Heilung hereinzuführen. Und da haben wir für dich im Faszien-Store einfach mal ein Narben-Set zusammengestellt. Wenn du eine Narbe hast und hast dort Probleme, entweder lässt du dich von einem guten Faszien-Therapeuten mal behandeln, der auf Narben spezialisiert ist. Oder du kaufst dir eben im Faszien-Store zum Beispiel so ein Narben-Set und arbeitest einfach mal dort selber dran und versuchst, diese Narbe wieder zu mobilisieren. Und ja, ich bin gespannt, was du hinterher, wenn du das mal ausprobiert hast, was dein Ergebnis ist und wie dein Resultat ist. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Faszien-Channel und danken dir fürs heutige Zusehen. Ciao!